Jürgen, come out and play! Das war's jetzt mit der Pause. Aber für die Gitarre, da lohnt sich die Unterbrechung von jeder Pause. Wir haben hier eine Quenzel Gitarre Special Plus. Quenzel ist ein Gitarrenbauer aus Deutschland, der bei uns im Programm ist. Wir haben mehrere Quenzel Gitarren vorrätig. Die hier ist eine Voll-Mahagoni Gitarre mit eingeleimtem Hals, also Korpus-Mahagoni, Hals-Mahagoni. Und das Griffbrett ist hier aus Ebenholz. Die Gitarre hat zwei Lola-Humbucker eingebaut, ein Master-Volume, ein Master-Tonregler. Sie ist quasi, sag ich mal so, die bessere Paula. Unglaubliches Sustain, Tonentfaltung, hervorragend. Wir haben hier eine kurze Mensur, also die typische, sag ich mal, Gipsen-Mensur. Außerdem noch schöne Schaller-Top-Locking-Mechaniken. Ich habe hier als letztes noch einen Toggleswitch, der die übliche Schaltung hat, zwischen den beiden Tonabnehmern hin und her und in der Mitte beide zusammen. Hier noch ein paar Soundbeispiele. Ich fange mit dem Hals-Tonabnehmer an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Markus Gwenzel, ein deutscher Gitarrenbauer, der baut wirklich auf höchstem Niveau, was seine Verarbeitung angeht, was die Verwendung der Teile angeht. Die Gitarren bilden so die klassische Les Paul Style Gitarre ab und auch soundmäßig geht alles in die Richtung, so dass, sage ich mal, von Led Zeppelin bis Classic Rock, Blues Rock, alles wunderbar mit dieser Gitarre geht. Wir haben, wie gesagt, mehrere Modelle bei uns im Angebot. Das ist eine davon, die Gwenzel Special Plus. Das ist eine davon, die Gitarre geht.